Oh, da kommt jemand. Das war schon überschämt, da wird ein Gesetz schon mal da hinten für die Scheiße, wo ich darf und dann den Hals ausreißen. Das war schon. 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 Was ist denn dann? Kasche. Das ist die Dita. Je länger du kannst auch einen kleinen Bacaroni reinmachen, in den letzten Stunden das Wasser. Ja, weil jemand macht das. Da musst du schon nichts komisch gelesen, sonst wird die Kasche. Da, guck mal. Ich mach noch einen John. Der ist doch nicht allein. Aber der ist immer schüchter. Ach du leckst an einem Haus, oder? Nein, das heim nicht. Das heim nicht. Das heim nicht. Julia hat eine Kassette gekauft. Eine Kassette für Amerikaner und auch Deutsch zu lernen. So, da hat er mit mir heute schon Deutsch gesprochen. Ich habe gesagt, dass er es später sagt. Ja. Was hat er noch gesagt? Was hat er noch gesagt? Ja, da hast du gefragt, wann der Fahrrad rennen wir? Dann hat er gesagt, Sonntag. Ja. Oh, Sonntag, 3. August. Ja. Ja, das geht auch mal mit und dann kann er jetzt ja nach oben. War noch kurz? Ja, das geht schon. Ja, das geht dann.